Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video und auch einem kleinen Special, das ich mir fürs Ende des Jahres aufgehoben habe. Denn wir schauen uns heute diese CPU hier an, die ich vor einigen Monaten bei eBay entdeckt habe, für schlappe 10.000 US-Dollar. Da dachte ich erst mal, warum ist das so teuer? Was ist es überhaupt und warum ist die CPU so groß? Laut Beschreibung eine Hitachi Mainframe CPU. Damit schon was sehr, sehr exotisches. Aber es ging weiter, denn in der Beschreibung stand, dass diese CPU aus dem Kernkraftwerk Fukushima Daiichi stammen soll. Und das sollte euch ein Begriff sein, denn 2011 kam es dort zu einem Unfall aufgrund eines Tsunamis und dementsprechend wurde das Kernkraftwerk eben außer Betrieb genommen und es ist ja aktuell immer noch in der Stilllegungsphase. So was geht ja nicht so ganz schnell. Und ja, ich habe die CPU dann gekauft, weil ich mir dachte, das ist was wirklich krass Spezielles, das sollen wir uns im heutigen Video mal anschauen und dann überlegen, ob das überhaupt plausibel ist, dass diese CPU aus einem Kernkraftwerk kommt. Hetzner ist ein führender Hosting Provider mit eigenen Hightech-Rechenzentren in Nürnberg, Falkenstein und in Helsinki, Finnland. Durch die Kombination von innovativer Technologie, attraktiven Preisen, kompetenten Support und flexiblem Kundenservice ist Hetzner über Europa hinaus bekannt und betreibt weltweit inzwischen mehrere hunderttausende Server. Neben hochleistungsfähigen, dedizierten Servern, der leistungsstarken Hetzner Cloud, bietet Hetzner nun Managed Server mit verbesserter Hardware an und all das zu erstaunlich günstigen Preisen. Damit könnt ihr euch auf euer Projekt und euer Business fokussieren und Hetzner kümmert sich um die Administration der Server. Alle Informationen dazu findet ihr im Link in der Beschreibung. Es stehen natürlich jetzt erstmal mehrere Fragen im Raum, weil ich habe gar keine Informationen zu dieser CPU, außer das, was in dem eBay-Angebot stand. Das naheliegendste war natürlich den Verkäufer zu kontaktieren und zu fragen, ey, ist das überhaupt verifiziert? Kommt die CPU wirklich daher? Und er sagte mir dann, dass er mir das nicht sagen dürfe aus rechtlichen Gründen. Das ist eine Frage, ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht. Es könnte plausibel sein, weil die meisten Informationen bei Kernkraftwerken unterliegen irgendwelchen Geheimhaltungen. Deswegen ist es natürlich auch ultra schwer, zu dieser CPU überhaupt Informationen zu bekommen. Ich habe wirklich lange recherchiert, aber ich habe tatsächlich dann am Ende viele Informationen gefunden. Die CPU ist 15 x 15 cm groß, damit wahrscheinlich größer als alles andere, was man so oder was ihr bisher so gesehen habt. Und auf der CPU steht XSH-31A. HDM könnte für Hardware Device Module stehen, aber das ist jetzt nur eine Vermutung von meiner Seite. Wenn ihr eine Idee habt, was das heißt, dann lasst es mich gerne wissen. Und dementsprechend ist erstmal die Frage, was haben wir hier überhaupt? Und damit fing meine Recherche an. Um das Ganze einzuordnen, mit dem Bau von einem Kernkraftwerk hat man ungefähr 1967 begonnen. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass die Planungsphase für den Bau deutlich früher begonnen hat. Und wir sind da eigentlich eher noch in dem analogen Zeitraum als in einem digitalen Zeitraum. Das muss man schon mal bedenken. Und der neueste Reaktor, das war der Reaktor Nummer 6, der wurde auch erst 1978 fertiggestellt. Also da ist ein großer Gap zwischen Planung und Bauphase, was bei einem Kernkraftwerk ganz normal ist, weil es dauert meistens um die zehn Jahre so ein Ding zu bauen. Und von der Konzeptionierung fangen wir gar nicht erst an. Also der Zeitraum von Planung bis Fertigstellung ist einfach ein unheimlich langer Zeitraum. Das naheliegendste ist natürlich erstmal alles zu googeln, was auf dieser CPU steht. Die Beschriftung, Seriennummer, was auch immer. Dazu habe ich nichts gefunden. Überhaupt gar nichts. Ich habe auch JetGPT danach gefragt. Man weiß ja nie, auch JetGPT konnte mir dazu keinerlei Antwort geben, außer irgendwelche Mutmaßungen, was das bedeuten könnte. Aber keine wirklichen Informationen. Dann bin ich auf die Seite von TEPCO gestoßen. Das ist der Betreiber von dem Kernkraftwerk. Und die haben eine sehr interessante Dokumentation über den Rückbau von Fukushima Daiichi. Das kann ich euch auch so empfehlen. Das ist einfach technisch sehr interessant, was man da so sehen kann. Da kann man teilweise, ich sage mal, virtuell durch das Kraftwerk laufen und sich verschiedene Segmente anschauen. Unter anderem auch den Kontrollraum bzw. den Leitstand. Zumindest mal von Reaktor 6. Ich habe mich dann fast Frame für Frame durch die Leitstandsaufnahmen durchgeklickt und habe dann gesehen, dass an dem Schrank oben das Logo von General Electric klebt. Ein bisschen schwer zu erkennen, aber wenn man dann auch die Google-Bildersuche zu dem Logo macht, dann ist das relativ schnell klar. Ich konnte dann darüber über General Electric eben feststellen, dass General Electric die Reaktoren 1, 2 und 6 gebaut hat bzw. die Steuerung davon, also diesen ganzen Kontrollraum. Und Toshiba hat die Reaktoren bzw. die Kontrollräume für 3 und 5 gebaut und Hitachi von Reaktor Nummer 4. Der Reaktor Nummer 4 war auch der einzige, der während dem Unglück außer Betrieb war. Da gab es nur Beschädigungen, weil irgendwie Wasserstoff von Reaktor Nummer 3 zu 4 geflossen ist und da gab es eine Explosion an dem Gebäude außen. Das Gebäude außen wurde beschädigt von Reaktor Nummer 4, aber der Reaktor selber und auch die ganzen Steuereinheiten und sowas nicht. Und an dem Punkt muss man sich spätestens fragen, ist das Teil hier vielleicht auch gefährlich? Also geht davon noch irgendwie Strahlung aus oder sowas? Das habe ich mir natürlich schon gedacht, als ich das Ding gekauft habe. Habe dann vorsäuglich so eine Geigerzähler oder Zählröhre bestellt, um dann sowohl beim Paket als auch an der CPU selber natürlich direkt mal zu überprüfen, geht davon irgendeine Gefahr aus? Weiß man natürlich nicht. Aber da konnte ich überhaupt gar nichts feststellen. Das war natürlich für die Sicherheit erstmal wichtig und das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Aber das Ding scheint strahlmäßig überhaupt gar nicht belastet zu sein. Also wir haben den Reaktor Nummer 4, wo wir wissen, dass die Steuereinheit von Hitachi gebaut wurde. Wir haben hier eine Hitachi CPU. Das ist schon mal alles gar nicht so schlecht. Allerdings muss man sagen, dass der Reaktor Nummer 4 1978 in Betrieb ging. Und spätestens da muss man sich fragen, wenn man sich diese CPU anschaut und so ein bisschen die Historie von CPUs kennt, dann wird einem eigentlich relativ schnell klar, dass es eigentlich nicht sein kann. Weil diese CPU hier von der Art, wie sie gebaut ist, ohne sie zu öffnen. Wir sehen, wir haben hier zwei Anschlüsse. Das ist eine wassergekühlte CPU. Sowas gab es 1978 noch nicht. Und wenn die den Reaktor 1978 in Betrieb genommen haben, dann haben die das wesentlich früher ausgelegt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass eine Reaktor Nummer 4 die Steuerelemente bzw. irgendwelche Überwachungseinheiten mit deutlich älterer Technik verwendet wurden. In dem eBay-Angebot war die CPU gelistet aus einem Hightech M200H Mainframe Server. Und das ergibt relativ wenig Sinn, weil der wurde erst 1978 vorgestellt. Und natürlich kann das Ding nicht erst vorgestellt werden, während das Kernkraftwerk schon in Betrieb ist. Also wäre natürlich möglich, dass die Betreiber vom Kernkraftwerk das deutlich früher bekommen hätten. Trotzdem, ich blende euch hier mal eine CPU ein. Das ist von einem Hightech 8250. Und da sieht man so ein bisschen die technologischen Differenzen. Also da haben wir eigentlich eher so eine typische Steckkarte, Steuerkarte. Da haben wir zwar einige ICs drauf, aber die sehen auch so ein bisschen aus wie, ich sag mal, die erste Intel CPU. Und das kommt viel mehr in die Zeit. Also das klingt wesentlich plausibler, dass so eine Art Steckkarte ursprünglich mal irgendwelche Steuereinheiten oder irgendwas bei den Reaktoren gesteuert hat oder dass es zur Anwendung kam. Aber eben nicht das hier. Das ist technologisch einfach zu neu. Beispielsweise seht ihr hier einen IBM ES9000. Das ist auch eine Mainframe CPU. Und die sieht unsere CPU so ein bisschen ähnlich. Die kommt aber aus dem Jahr 1991. Hitachi hat 1992 die Super-H-Instruktion vorgestellt. Instruktion ist sowas, was ihr heute zum Beispiel als AVX, AVX512, SSE kennt. Das sind Instruktionen, die eine CPU verarbeiten kann. Da gab es Super-H von Hitachi und diese CPU heißt ja XSH31. Ist schon ein bisschen naheliegend, passt zeitlich auch irgendwie zusammen. Auf der Seriennummer sehen wir 94YB10. Die 94, das könnte das Herstellungsjahr sein, was zumindest mal sehr gut zu dieser Super-H-Geschichte passen würde. Es verdichtet sich also eher, dass es eine CPU aus dem Jahr 1994 sein könnte. Nach weiterer Suche habe ich den MP880 gefunden. Der wurde 1991 von Hitachi vorgestellt. Und der sieht schon verdächtig nah an dem hier aus. Der MP880 hatte 500 MHz, was für die damalige Zeit eigentlich schon ziemlich flott war. Und als Nachfolger wurde 1995 der MP5800 vorgestellt. Über die Suche bin ich dann auf eine CPU gestoßen, die unsere CPU verdächtig ähnlich sieht. Ich habe dann zusätzliche Informationen über den Aufbau des MP5800 und auch des MP6000 gefunden. Und dort konnte ich zumindest mal sehen, dass es den MP6000 immer mit Wasserkühlung gab. Aber wir wissen ja auch, dass es den MP880 von 1991 auch schon mit Wasserkühlung gab. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir hier einen MP5800 haben. Zumindest mal, wenn die Seriennummer einen Rückschluss auf das Jahr zulässt. Das Geile ist, dass es auf der Hitachi Website von 1996 eine öffentliche Preisliste zu dieser CPU gibt. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine MP5800 ist, was wir mittlerweile ziemlich eingrenzen können, dann sehen wir, dass diese CPU dort für 28,8 Millionen Yen gelistet war. Pro Monat. Ich muss dann erstmal gucken, wie viel 28,8 Millionen Yen waren. Das sind ungefähr 200.000 Euro. Wenn man dann die Inflation über die Jahre mit einrechnet, dann wären das heute 330.000 Euro Kosten pro Monat, die man Hitachi bezahlen müsste, um so eine CPU zu haben. Und da hat man dann noch nicht mal den Rest von dem Aufbau. Also man hat weder den Server und das ganze Graffel, was man außenrum braucht, das ist auch mit aufgelistet. Und ich habe es nochmal überschlagen, für die Basisausstattung wäre man bei ungefähr 5 bis 6 Millionen Euro pro Jahr mit einer CPU. Und meistens werden solche Geräte aber nicht mit einer CPU verwendet, sondern mit mehreren. Also wisst ihr schon, wir reden hier von jemandem, von einem Betreiber, der in der Lage sein muss, eine zweistellige Millionensumme pro Jahr auszugeben, nur um das Ding überhaupt zu haben. Jetzt schauen wir uns die CPU nochmal so ein bisschen im Detail an. Und ich habe natürlich letztendlich die Hoffnung, dass wir die CPU auch öffnen können. Und dann auch rausfinden können, wie ist die eigentlich aufgebaut, was steckt da letztendlich drin. Vielleicht finden wir Ihnen auch noch einen Hinweis darauf, welche CPU das denn wirklich ist. Also ihr seht schon anhand der Größe, Riesenteil, also 15 x 15 Zentimeter. So auch die größte CPU, die ich so persönlich je in der Hand hatte. Wir haben hier zwei Anschlüsse dran, A und B. Hier ist auch noch Wasser drin. Also wenn man hier so ein bisschen reindrückt, dann sieht man das jetzt vielleicht so ein bisschen. Da ist noch Wasser drin. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht wissen, was da vielleicht ein Kühlmittel drin ist. Deswegen ja, das machen wir dann später. Hier wie gesagt das Logo von Hitachi. Da sehen wir, dass es eben in Japan hergestellt wurde und auch die Bezeichnung und die Seriennummer, über die wir bereits gesprochen haben. Und wenn man das so ein bisschen seitlich schaut, ist das Ding auch ziemlich hoch. Auf der Rückseite, da seht ihr, da habe ich so ein bisschen Schaumstoff drauf gepackt, weil ich mir nicht direkt meine Finger ruinieren wollte. Den Grund, den zeige ich euch. Darunter haben wir nämlich eine große Anzahl an Pins, die auch ziemlich spitz sind. Deswegen habe ich das, wenn ich das irgendwie angefasst habe, immer mit dem Schaumstoff gemacht, um nicht noch mehr zu verbiegen. Weil ein paar von den Pins sind schon verbogen. Ist jetzt auch kein Problem. Ich habe jetzt auch kein Board, um die CPU da irgendwie zu testen logischerweise. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mal gezählt. Wir haben genau 100 Reihen Pins in die eine Richtung und in die andere Richtung. Das heißt, wir haben hier 10.000 Pins drauf. Wenn man jetzt mal überlegt, eine aktuelle LGA 1700 CPU hat 1.700 Pins. Also alleine von den Pins her wirklich, wirklich krass, wenn man bedenkt, wie alt die CPU ist. Was für eine riesen Anbindung die CPU haben musste. Das weiße Material, was ihr sehen könnt, ist auf jeden Fall Keramik. Da sieht man auch nochmal eine andere Bezeichnung. Hier steht nämlich XSH31 drauf, also das gleiche wie vorne. Und hier unten steht H3XS drauf. Ich konnte leider dazu auch nichts finden. nochmal Hitachi made in Japan. Und das weiße ist, wie gesagt, irgendeine Form von Keramik. Und man sieht auch, wenn man so ein bisschen in die Seite reinschaut, da ist irgendwie Lot oder sowas dazwischen. Das passt auch mit der Beschreibung, die ich gefunden habe, wie die CPU aufgebaut ist. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass das Ding komplett verlötet ist. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ist der Deckel nur darauf geklebt. Aber ich befürchte, dass es nicht so einfach wird, das Ding zu öffnen. Die Sache ist jetzt die. Ich habe bei der CPU kaum bis überhaupt keine Schrauben gefunden. Also irgendwas, was man irgendwie wegschrauben kann. Es gibt natürlich die Anschlüsse für die Wasserkühlung und hier oben ist eine Schraube, wo ich vermute, das ist vielleicht eher zum Entlüften oder sowas. Deswegen, ich versuche jetzt einfach erstmal ein bisschen das aufzuhebeln an der Seite, um zu gucken, ob wir das vielleicht so irgendwie öffnen können. Kleineren probieren. Ich komme nicht so wirklich drunter. Was das Ding natürlich auch wortwörtlich zusammengeklebt hat, war die Wärmeleitpaste. Ihr seht ja, wie viele Chips da drunter sind und wie viel Wärmeleitpaste hier drauf ist und auch auf dem Deckel. Und natürlich alleine durch die Fläche. Das war wahrscheinlich das, was mir so einen Widerstand geboten hat. Eine Stunde später, gefühlt ein Kilogramm Wärmeleitpaste. Später habe ich die CPU jetzt gesäubert bekommen. Und mit der Kameraeinstellung kann man vielleicht auch so ein bisschen sehen, dass die CPU relativ inhomogen ist. Also ich kann gar nicht genau sagen, was da drauf ist, weil wir sehen drei unterschiedliche Größen an Chips da drauf. Also wir sehen zum Beispiel fünf von diesen hier, die man da gut sehen kann. Und dann, wenn ich mich nicht verzählt habe, zehn von diesen großen und dann sieben von diesen mittleren. Also ja, schwer zu sagen, weil wenn es jetzt irgendwie acht von dem einen Typ gewesen wäre, dann hätte man sagen können, okay, das ist vielleicht eine Achtkern-CPU. Aber ansonsten, es ist extrem schwer zu sagen, was da drauf ist. Es wird wahrscheinlich eins davon irgendwie Input-Output-Controller sein, also sowas, um RAM anzubinden. Dann wahrscheinlich ein Chip, wo dann wirklich Kerne drauf sitzen oder ein Kern, was noch wahrscheinlicher ist. Und das andere wird wahrscheinlich Cache sein. Also das ist so das Typische, was ich mir denken würde, wie eine CPU so in diesem Format damals aufgebaut gewesen wäre. Bei solchen Multi-Chip-Modules ist es auch oft so, zumindest mal habe ich das bei den IBM-Chips so gelernt bei den CPUs, dass die auch teilweise redundant aufgebaut sind. Also bei IBM Power gibt es das teilweise, dass es mehr Chips drauf gibt, als tatsächlich genutzt werden. Also zum Beispiel, wenn es eine Achtkern-CPU ist, dann hat die teilweise neun Chips drauf, falls mal einer stirbt, dass Ausfallsicherheit da ist. Weil ansonsten, die müssen ja sehr sehr lange und sehr sehr zuverlässig laufen. Das könnte hier auch der Fall sein. Dementsprechend ist es vielleicht manchmal schwierig, einen direkten Rückschluss zu ziehen. Jetzt ist es aber so, dass die Frage der Herkunft dieser CPU immer noch nicht ganz klar ist. Ich würde nur sagen, dass das, was in dem eBay-Angebot steht mit diesem M200H, das wird nicht korrekt sein. Das passt einfach von der Zeit nicht. Interessanterweise steht da aber M200H Skyline Mainframe Supercomputer, was so ein bisschen ein Widerspruch in sich ist. Wenn man aber das 200H weglässt, dann wäre das ein Mainframe Skyline Supercomputer. Und Skyline war tatsächlich die Bezeichnung für den MP5800, in dem der zum Einsatz kam. Also ich würde sagen, damit würde das passen. Es ist absolut möglich, dass die CPU in Fukushima zum Einsatz kam, einfach nur aufgrund von dem, was sie ist. Weil ihr müsst euch mal vor Augen halten, wo wird sowas zum Einsatz kommen? Das kommt in der Regel bei absolut kritischer Infrastruktur zum Einsatz, wo Geld keine Rolle spielt. Und da gibt es relativ wenige Anwendungsfälle für. Naheliegende Anwendungsfälle sind Banken, Medizin, Militär, Regierung und Infrastruktur, also Energieversorger. Weil das Sachen sind, die nie ausfallen dürfen, wo Geld meistens eine untergeordnete Rolle spielt gegenüber der Zuverlässigkeit. Und wenn man einfach bedenkt, dass so ein System, wo dann mehrere von diesen CPUs zum Einsatz kamen, online kann man nachlesen, dass man bis zu 32 von denen zusammenschalten konnte. Und wenn man darüber nachdenkt, der Kostenfaktor ist halt absolut gestört. Da reden wir ja von, wenn man 32 davon gleichzeitig einsetzt, von mehreren Millionen Euro, die man pro Monat bezahlen muss, damit so ein Hitachi-Supercomputer bei einem läuft. Und da kommt es schon wieder so ein bisschen zusammen. Mir ist dann auch aufgefallen, dass hier an der Seite an dem Deckel 2011 eingraviert ist. Und das würde zumindest mal wieder zu der Katastrophe von Fukushima passen. Ich habe über das Thema auch mit MyPower gesprochen. Viele Grüße an der Stelle. Denn der hat über 30 Jahre lang in verschiedenen Kraftwerken gearbeitet. War auch teilweise mit daran beteiligt, Kraftwerke, zwar ein Kohlekraftwerk, mit in Betrieb zu nehmen. Hat dementsprechend in der Vergangenheit viel Einblicke und Erfahrung gesammelt. Und er hat zu mir zumindest gesagt, dass man normalerweise den Kontrollmechanismus von einem Reaktor, den würde man normalerweise nicht updaten. Auch nach langer Zeit, weil man müsste da das Kraftwerk aus dem Betrieb nehmen, müsste dann eine neue Testphase machen, müsste sich das genehmigen lassen und so weiter. Das würde man normalerweise nicht tun. Aber das außenrum, da gibt es ja viele Überwachungsfunktionen, Maschinen und viele Gerätschaften außenrum. Das kann ein Hilfssystem sein oder sonst was. Da ist es absolut möglich, dass man sich dann irgendwann mal neue Technologie anschafft. Und dementsprechend könnte es gut sein, dass man dann vielleicht nach 20, 25 Jahren auf ein neues System geupgradet hat und dass dort die CPU zum Einsatz kam. Ja, so ein bisschen was. Ja, was leider nicht zu 100 Prozent zu belegen ist. Es gibt viele Indizien, aber sicher sagen kann man es nicht. Trotzdem absolut verrücktes Stück Technik. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Computergeschichte, muss man sagen. Es ist wahrscheinlich einzigartig, so eine CPU dann auch in die Finger zu bekommen, wenn man vor allem bedenkt, was für einen Preis die hatten und wo sie zum Einsatz kamen. Das ist nichts, wo man normalerweise so einfach darauf Zugriff hat. Und damit sind wir auch durch mit diesem Video. Vielen Dank nochmal für den Support das ganze Jahr. Jeder einzelne von euch, der oder die meine Videos schaut, weil ihr ermöglicht es letztendlich, dass wir uns sowas hier anschauen. Weil, klar, ihr schaut die Videos. Dadurch habe ich Einnahmen bei dem YouTube-Kanal. Dadurch können wir gemeinsam uns sowas hier anschauen. Deswegen vielen Dank einfach nur dafür, dass ihr meine Videos schaut. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das weiterhin sowas sehen wollt. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut mit rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.